Warum identifizieren wir uns mehr mit Menschen als mit Marken und Unternehmen? Mein Gast ist Ursula Kaspar vom Institut für limbische Kommunikation. Ich bin Marc Purchert von just.ch und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Ursula, schön bist du da. Hoi Marc, freut mich. Wir reden heute darüber, wieso wir Menschen, besonders die Jugendlichen, uns viel mehr mit anderen Menschen und Persönlichkeiten identifizieren können als mit Marken und Unternehmen. Wir werden darum das Verhalten der Jugendlichen generell im Alltag anschauen. Wir werden thematisieren, was das für das Lehrstellenmarketing heisst, für mich als Lehrbetrieb. Gleichzeitig schauen wir an, wer die grössten Beeinflusser der Jugendlichen während der Schule. eine Berufswahl. Zuerst nimmt es mich aber natürlich Wunder, wer du bist und was du machst. Ganz grundsätzlich gefragt, was machst du genau in deinem Alltag? Ich leite ein Marktforschungsinstitut. Wir erreichern Daten, wenn es sinnvoll ist, mit neurowissenschaftlichen Messmethoden und Tools an. Also mit den Inhalten davon. Was versteht man unter Neuro-Wissenschaften? Unser Hirn ist total ein spannendes Teil, das wissen wir ja alle. Unser Hirn hat viel mehr Einfluss auf, wie wir agieren und was wir machen. Und man hat ein wenig herausgefunden, wo das Punkte sind, die uns unbewusst beeinflussen, in der Art und Weise, wie wir uns kennen. Wenn wir jetzt ein wenig umeinander schauen. Ich muss jetzt einen Schritt zurückgehen. Du siehst die Welt durch eine bestimmte Brille. Und ich auch. Und alle anderen auch. Und wir haben im Kopf so etwas wie einen Türsteher, der sämtliche Sineseindrücke, die tagtäglich auf uns einprasselt, vorselektiert, ob die relevant sind oder nicht. Unser Unterbewusstsein hat eine extrem hohe Datenverarbeitungsgeschwindigkeit. Man kann es etwa mit der Reisengeschwindigkeit von einem Jet vergleichen. Unser Bewusstsein, der Neokortex auf der anderen Seite, der macht etwa drei Meter pro Sekunde. Also das ist ein Schneck dagegen. Und diesbezüglich braucht man irgendeinen Türsteher, der die Daten vorselektiert und halt all das Unnütze, was auf uns einprasselt, aussortiert und im mentalen Köbel werft. Spannend ist jetzt herauszufinden, was denn der als relevant erachtet. Und du hast gesagt, ich oder auch du, wir schauen alle durch gewisse Brille. Ist denn wie deine Aufgabe, zu schauen, was gibt es für verschiedene Brille und ein bisschen mehr ins Detail zu gehen? Genau, also unser Messtool schafft es vor allem herauszufinden, dass wir eben die verschiedenen Brillen haben und wie sich die zusammensetzen und auf welcher Basis die Brillen eigentlich entstehen. Das sind Beeinflussungen von etwa 40 Prozent, die unbewusst passieren. Und dann haben wir natürlich unser Umfeld, unsere Bildung und so weiter, wurden die restlichen Beeinflussungen übernimmt. Das heisst, wir werden das Ganze heute beleuchten, natürlich vor allem in Bezug auf die Jugendlichen. Wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen in den Alltag gehen von den Jugendlichen, wenn die Generation Z, das sind ja die Jahrgangs von 1995 bis 2010, wenn die Jugendlichen auf Lehrstellensuche sind, kennen sie in der Regel sehr wenige Unternehmen effektiv. Wie erklärst du dir das? Ja, letztendlich sind sie einfach total mit anderem Zeug beschäftigt. Also ein Kind und nachher ein Jugendlicher, die haben ja zuerst einmal die Aufgabe, die Welt zu entdecken und Sachen zu lernen. Und unser Hirn ist dazu da, auf Basis von Imitation zu lernen. Also schauen wir mal zuerst ab, was andere machen. Und Jugendliche haben, wenn man sie befragt, wir haben eine Studie dazu gemacht, was sie so umtreibt, dann ist es hauptsächlich mal zuerst Kollegen, vielleicht erste Beziehungen, Familien, Hobbys und Schule. Und das beschäftigt sie schon dermassen, dass Unternehmen eigentlich gar keinen Platz finden. Unternehmen sind sehr, sehr weit emotional weg. Das sind so abstrakte Gebilde. Und wenn sie nicht gerade irgendetwas produziert, ein interessantes Produkt, wo sich der Jugendliche damit identifizieren kann, oder es ist irgendein Laden, sage ich jetzt gleich einen, Mikrokop oder so, wo man jeden Tag reinläuft, dann sind die Firmen halt wahnsinnig viel weg oder weit weg. Du hast gesagt, Kollegen, Familien, eben erste Beziehungen. Ist das auch der Grund, wieso sie, ich denke gerade auf den sozialen Medien, folgen sie mehreren Hundert oder teils Tausenden verschiedenen Personen, zum Teil Kolleginnen und Kollegen, zum Teil auch öffentliche Personen. Also ein rechter Unterschied jetzt zu den Unternehmen. Ja, ist natürlich, die Menschenbasis ist viel, viel spannender. Da kann man vielleicht auch ein bisschen wieder ins Hirn zurückgehen. Vor 4,5, 5 Millionen Jahren hat man sich ja als moderner Mensch angefangen, zusammenschliessen zu Gruppen und Horden. Man ist aus dem Dschungel raus, man ist aus der Ebene raus und hat angefangen, das Sehmesleben zu bestreiten. Und dort ist etwas Spannendes passiert. Und zwar hat man dort gemerkt, dass es wichtiger ist, dass die Gemeinschaft funktioniert als der Einzel. Und wenn sich ein Einzelner nicht konform, der Gruppe konform angepasst verhalten hat, hat er die Gruppe auch gefördert. Und das konnte im schlimmsten Fall zu einem Ausstoss aus der Gruppe führen. Und Ausstoss aus der Gruppe dann bedeutet, man stirbt. Man wird gefressen vom Säbelzartiger, man kann selber nicht jagen, allein, es ist alles viel, viel schwieriger. Diese Effekte wirken ja immer noch. Die Erwartung der Gemeinschaft an Einzelnen, das sieht man ja jetzt auch beim Thema Covid, oder die, die jetzt demonstrieren, die werden eigentlich schon zur Gruppe, zur Gemeinschaft ausgestossen. Man erwartet, dass gruppenkonformes Verhalten an den Tag gelegt wird. Und diesbezüglich sind halt so Promis, das sind Fixpünkte. Und man möchte sie wie die, man möchte Erfolg von denen haben, man möchte irgendjemandem nacheifern und darum folgt man denen auch. Und du hast Gemeinschaft angesprochen, suche ich als Jugendliche in dieser Gemeinschaft auch immer so ein bisschen nach Vorbilder. Eben, wem kann ich folgen, um mich selber vielleicht auch noch mehr zu finden oder meine Richtung zu finden. Das ist total individuell, oder was du jetzt wieder für ein Typ bist, letztendlich. Je nachdem, wenn dir die Gemeinschaft extrem wichtig ist, dann wirst du dich an der Gemeinschaft orientieren. Aber es gibt Typen, die sind nicht so gemeinschaftsorientiert. Auf Basis von ihren Hirninstruktionen haben die total andere Motivwertestrukturen. Denen ist es wichtiger, individuell zu sein und sich abzuheben. Dass der Individualismus meistens gerne so individuell ist, das fällt denen gerne nicht auf. Für mich ist immer lustig die Hipsterbewegung. Alle wollen so mega hipsterig cool sein, aber alle tragen Bärte und garierte Hemper. Das ist dann auch nicht mehr so individuell. Aber letztendlich sucht man immer einen Orientierungspunkt, wo man sich herbewegen will. Die verschiedenen Typen sind das auch wie die verschiedenen Brüllen, durch die, wo ich schauen kann, in dem Sinn. Ja, genau. Die sind ein bisschen beeinflusst durch den Türmann, in unserem Kopf. Die relevanten Informationen, die bei uns wirklich ins Bewusstsein kommen, die werden gesteuert über den Inhalt. Also einerseits, ob es gefährdige sind. Ist dein Leben in Gefahr bedroht, sei es jetzt eingebildet oder nicht? Das sind immer Informationen, die in unser Bewusstsein weitergeleitet werden. Durch die Weiterleitung wird gleichzeitig aber auch ein Level von Hormonen und Neurotransmittern ausgeschüttet, um dich fortzubereiten auf die Situation, eine gefährdige Situation. Früher war der Säbelzartiger, heute kann es der Lehrlingschef sein. Wenn du das nicht magst, dann hast du jedes Mal Stress, dann wird Cortisol ausgeschüttet, Adrenalin, Noradrenalin. Und je nachdem, je nach Typ und Ausschüttungsmenge bzw. wie die Rezeptoren funktionieren in deinem Hirn, willst du dann angreifen oder du willst dich totstellen oder du willst flüchten. Die zweite Situation, wo immer wieder die Informationen in dein Bewusstsein kommen, sind die Belohnungssituationen. Früher ganz einfach, fressen Sex, darum ist es also schwierig zu abnehmen, weil süsses Essen und fettes Essen, das macht immer Aktivitäten in unserem Belohnungserwartungszentrum. Aber es gibt jetzt heute natürlich ganz andere Motive und Werte. Und da hängen auch wieder Hormone und Neurotransmitter zusammen dran. Und je nachdem, wie der Cocktail in deinem Kopf ist, bist du dann halt eher ein bisschen ein Sicherheitsbewusster oder eher ein Angreifer oder eher ein Entdecker. Das ist jetzt alles auch ein bisschen theoretisch gewesen, muss ich sagen. Also jetzt auch für mich, ich probiere das Ganze auch ein bisschen zu verstehen. Wenn ich jetzt aber ein bisschen konkreter gehe ins Lehrstellenmarketing hinein, dann muss ich mich ja wirklich ein bisschen fragen als Lehrbetrieb, was für Jugendliche will ich ansprechen. Schlussendlich will ich ja die passenden Jugendlichen. Und mit was sollte ich mich jetzt befassen? Was sind so die wichtigsten Persönlichkeiten, die es gibt? Oder so ein bisschen das Prinzip, das ich mir vornehmen könnte zu verstehen? Also grundsätzlich gibt es drei neuronale Instruktionen, die die Persönlichkeit beeinflussen. Die hängen eben an diesen Hormone und Neurotransmittern. Die Dominanzinstruktionen, das sind die, die nach Macht streben, nach Territoriumsausweitung, nach Prestige, die möchten jemand sein, die möchten vorwärts kommen im Leben. Das hängt am Hormontestosteron zum Beispiel und am Dopamin, der ein Antrieber ist. Dann haben wir die Balanceinstruktion. Die ist sicherheitsbedacht. Die braucht Konstanz. Die möchte sich in eine Gemeinschaft integrieren. Das sind so ein bisschen die Traditionalisten auch. Die haben nicht gerne Veränderungen. Aber sie sind natürlich super in gewissen Jobs. Und dann hast du die Stimulanzinstruktion. Das sind die Entdecker, die Kreativen. Die, die immer neue Ideen haben. Die sind auch ein bisschen chaotisch. Die brauchst du an einer anderen Art. Jetzt je nachdem, was du für einen Job hast, den du ausschreiben möchtest. Und du hast ja immer Eigenschaften, die einen Beruf hat. Solltest du dir überlegen, was sind denn die Haupteigenschaften, die den grössten Teil des Jobs ausmachen. Und dann suchst du dir den richtigen limbischen Typ dazu aus. Danach kannst du sicherstellen, dass der Lehrling, der den Job dann auch macht, sich vermutlich mit einem grossen Teil von den Aufgaben in diesem Job identifizieren kann. Wir schaffen es ja nie, 100%ige Deckungsübereinstimmungen zu finden. Aber zumindest sollte ein grosser Teil von den Aufgaben auch Freude machen und eben belohnend wirken. Okay, das heisst, ich überlege mir eigentlich, suche ich eher jemanden Dominants oder jemanden Kreatives oder jemanden extrem Harmoniebedürftiges. Und dann ist es ja auch ein bisschen ein Unterschied, wie ich die jeweiligen Personen müsste ansprechen in diesem Sinne. Das ist so. Grundsätzlich wirkt halt auf den einen etwas belohnend und auf den anderen etwas eher bestrafend. Also wir haben jetzt, wenn wir den neurowissenschaftlichen Ansatz nutzen, zum Beispiel zum Markenbestimmungen zu machen, haben wir nochmal drei Zwischentypen oder wo dann zwei Instruktionen vertreten. Das kann dann ein Dominanter sein, der aber auch noch Ideen hat. Wir sagen, der Pionier oder der Entdecker oder der, der halt neue Sachen entwickelt. Dann gibt es den Dominant, der balancig ist. Das ist ein bisschen der Buchhalter-Typ. Oder der fühlt sich sicher mit Regeln, aber hat auch gleich den Drang, Sachen zu erledigen. Also ein Pilot zum Beispiel. Der muss es eigenständig entscheiden. Und dann haben wir nochmal einen Zwischentyp, das ist der Kreative, der aber auch ein bisschen sicherheitsbedürftig ist, zum Beispiel Kindergärtnerinnen, Coaches. Die, die eigentlich sehr gerne den Umgang mit Leuten haben, aber gleichzeitig auch kreative Ansätze brauchen, um gewisse Sachen noch zu Boden zu bringen. Okay, das ist entspannt, aber das heisst, es gibt auch nicht nur Schwarz und Weiss, es gibt auch immer so ein bisschen Mischungen, sage ich jetzt. Den Ansatz, den wir brauchen, den brauchen wir hauptsächlich für das Marketing. Darum hat er nur sechs Typen. Normalerweise, wenn du ein Persönlichkeitsprofil würdest nehmen als Basis für eine Stellensuche oder für eine Lehrlingssuche, müsstest du viel mehr Typen abdecken. Aber so als groben Raster ist es eine sehr gute Leitlinie, um überhaupt dahinter zu kommen, was denn du gerne möchtest und wie du mit dieser Person noch einmal umgehen kannst. Und die brauchen tatsächlich auch eine andere Sprache und andere Inzentivierungen innerhalb des Jobs. Es wäre vielleicht spannend, vielleicht können wir gerade schon ein, zwei konkrete Beispiele auch anschauen. Wenn ich jetzt an den Maurer denke, ist ja doch ein eher bekannten Beruf auch jetzt in der Baubranche. Was ist das für ein Typ für dich? Das ist ja, im Prinzip hat er ja relativ ein strukturiertes, fest vorgegebenes Berufsbild und hat nicht wahnsinnig viel Ausweichsmöglichkeiten links und rechts. Die Mauer muss gerade sein, die muss sauber, schön gemacht sein und die hat ein Mass, das ihm vorgegeben ist und er kann dort nicht wahnsinnig viel kreativer Input bringen. Es bringt auch irgendein Architekt oder irgendein Bauleiter nichts, wenn der Maurer sagt, hey, eigentlich hätte ich gerne eine Kurve jetzt da. Wenn der den Auftrag bekommt, es muss rechtwinklig sein, dann muss das rechtwinklig sein und es braucht diese Massen und dann sind alle zufrieden. Entsprechend muss das einer sein, der nicht unbedingt die Führung an sich reissen will, also nicht einer, der grosse Dominanz hat und nicht einer, der wahnsinnig kreativ ist, sonst kommt es irgendwo vielleicht schräg raus, sondern einer, der einfach seinen Job gut macht, aber froh ist, wenn ihm jemand sagt, wie es zu machen ist. Und am Ende vom Tag seht ihr sicher auch, was er geschafft hat, oder was es herauskostet hat? Wenn man will, dass er dann zufrieden ist, dann behandelt man ihn gut. Oder dann gibt man ihm ein Umfeld, wo er sich geschätzt, wertgeschätzt fühlt, wo er klare Vorgaben bekommt. Die hassen nämlich nichts mehr, als wenn ständig irgendwelche Änderungen wieder können, nachträglich, weil es der andere, der es geplant hat, nicht richtig gemacht hat. Das gehört man ja dann auf dem Bau auf, da wird ja gemotzt drüber. Also wenn der saubere Vorgaben bekommt und man lobt ihn dann auch mal und macht auch mal ein Firmenfest für den und sagt, hey, gratis Bratwurst, Bier für alle, dann freut sich der, wenn der ein guter Teil von der Gemeinschaft ist und dafür geschätzt wird. Das heisst, all die Faktoren würde ich jetzt auch als Lehrbetrieb, wenn ich jetzt ein Video mache und eigentlich zeigen, wie der Alltag von einem Mauer aussehen, dann würde ich solche Sachen berücksichtigen. Gleichzeitig aber, wenn ich jetzt denke, ich möchte ein Video machen zum Beruf KV auf der Bank, dann ist das jetzt wahrscheinlich ein anderer Typ, den du da müsstest oder willst abholen. Genau, weil auf der Bank natürlich hat das Berufsbild vom KV Bankler leider ein bisschen gelitten in den letzten Jahren, aber wenn man sich die alte Schule anschaut, dann ist ganz ein bestimmter Typ er auf die Bank gehen und dann ist meistens Prestige auch ein bisschen wichtig oder einen schönen Anzug zu tragen. Man ist jemand, man hat eine sichere Position zwar auf der Bank, aber ein Investmentbanker, der will natürlich Macht- und Territoriumsausweitung zum Beispiel eben über steigende Aktienkursen oder dort geht es um Geldverdienen und Geldverdienen hängt direkt vor allem in diesem Massen an der Dominanzinstruktion. Also da braucht man einen Performer, der versucht, die Bank weiterzubringen und man sieht ja jetzt auch immer wieder mit diesen Bankskandalen, die Performer haben halt dort auch einen Nachteil, oder? Die überschätzen sich dann hin und wieder und greifen dann halt hin und wieder ins Klo mit den Entscheidungen, die es macht. Und man kann nicht zu viele Chefs haben, die miteinander streiten. Ja. Was jetzt alles auch ein bisschen zusammenfasst, wir haben jetzt immer von Persönlichkeit geredet oder wir erlernen das auch Persönlichkeitsprofil. Schlussendlich ist ja der Mensch auch immer entscheidend. Jetzt, könntest du das ein bisschen zusammenfassen? Wenn du jetzt einem Lehrbetrieb müsstest du drei Tipps geben, wie er die passenden Jugendlichen für sich auf die passende Art und Weise finden würde, auch indem er eben genau die Menschen in den Vordergrund stellt. Was würdest du so einem Betrieb raten? Also erstens ist es recht wichtig, was seine Firma vielleicht selber für ein Profil hat. Oder die Post hat ganz ein anderes Profil als zum Beispiel Apple. Oder die suchen auch andere Typen entsprechend. Innerhalb dieser Firmenidentität hast du dann Berufsbezeichnungen. Und die Berufsbezeichnungen brauchen verschiedene Typen. Und wenn du dort weisst, was du musst haben, dann kannst du deine Kommunikation entsprechend ausrichten. Wir haben vorher auch darüber geredet, dass ja KV oder irgendwelche Lehrlinge relativ wenig Firmen kennen. Entsprechend muss die Kommunikation natürlich relativ gut auf sie zugeschnitten werden. Oder Peers sind wichtige Beeinflusser für das. Und entsprechend könnte es ja auch spannend sein, wenn halt Lehrlinge über ihren Beruf reden. Oder wenn man die Firma nicht kennt, dass die Lehrlinge halt über das Berufsbild selber erzählen und dass man halt neue Kanäle, oder wir haben ja unheimlich viele Kanäle, die man nutzen kann, Videos machen und ihren Job vorstellt und halt in ihrer Sprache dann mit potenziellen neuen Lehrlingen sprechen. Zusammengefasst eigentlich auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, ja. Und vor allem auch ehrlich und echt. Weil das merken immer alle. Ja. Gut, wir haben auch noch ein anderes spannendes Thema, das sind so Beeinflusserinnen und Beeinflusser während der Berufswahl für die Jugendlichen. Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Was denkst du, das sind für einen Jugendlichen, ich sage jetzt so zwischen 12 und 15, 16, was sind im Leben die grössten Beeinflusser? Das ist ganz klassisch, das Umfeld. Also wenn es jetzt um die Berufswahl geht, ich habe jetzt gerade vor kurzem da auf der Strasse wieder eine von den jungen Damen angesprochen, die bald eine Lehrmacht, wo man erzählt hat, sie geht jetzt eine Lehrmacht und hat gefragt, ja, was machst du denn? Und dann sagt sie, ja, sie wird Metzgereifachfrau. Dann sage ich, ah, spannend, gut, wie kommst du drauf? Wir sind auf dem Land, das ist dann so ein bisschen ein Job. Wie kommt es drauf? Dann sagt sie, ja, meine Schwester hat das gelernt. Also die ist Metzgereifachfrau oder Lehrtochter und die kleine Schwester macht jetzt das auch, weil es die grosse Schwester macht, weil sie es gern macht, weil sie zufrieden ist mit ihrem Lehrbetrieb und entsprechend ist das ein von den grossen Beeinflussern. Es können natürlich eben auch Elternteil, Götti, Gotti, Nachbarn, die vielleicht cool sind, die ihnen gefallen, die spannend sind, die ihnen sympathisch sind und die vielleicht erzählen vom Job. Das sind die grössten Beeinflusser, gerade mal so im unmittelbaren Umfeld oder dann eben auch Kollegen. Also allgemein im Leben kann man sagen, aber eben besonders auf der Lehrstelle suche, dann ist es halt wirklich das engste Umfeld, sagst du. Aber die mehr schon, weil die anderen kennen es ja nicht. Ja. Und was können vielleicht da die Eltern auch noch beitragen oder können da die Firmen in diesem Bereich etwas machen, dass vielleicht gewisse Jugendliche sich auch noch ein bisschen mehr informieren können, noch ein bisschen über andere Berufe ein Bild machen, weil es kann ja durchaus sein, dass ein anderer Beruf noch besser zum Jugendlichen passen würde. Ich glaube, das ist wirklich noch ein grösseres Problem, dass sich halt sehr viele Berufsbilder auch verändert haben und Eltern vielleicht gerne mehr so den Durchblick haben, was es überhaupt gibt. Das merkt man ja an sich selber. Wie viele Jobs gibt es inzwischen, vor allem so in den technischen Bereich, wo man keine Ahnung hat, was, wo, wie. Und ich glaube, an dort gibt es fast nur die Aufklärung. Oder man geht zusammen mit dem Kind und überlegt mal, was macht es denn gern? Oder wenn jetzt einer gern gamet? Ja, was gibt es denn für Berufsbilder in diesem Bereich? Oder es könnte ja ein Game Designer geben, es gibt Programmierer, es gibt XYZ, dass man von der Sebra-Seite her mal anschaut, was machen die gern? Was können sie vielleicht gut? Und schaut dann mal von dieser Seite her, was gibt es für Berufsbilder? Und wir haben ja das Internet, man könnte ja googlen, oder man kann ja mit Stichworten mal suchen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass die Firmen eine recht gute Verschlagwartung haben, dass die ihre Berufsbilder irgendwo positionieren, bei euch zum Beispiel, dass man die auch super vorstellt. Dass sich die Jungen vorstellen können, was denn das bedeutet für sie. Gibt es denn neben den Faktoren, wo du jetzt eben gesagt hast, Familien, Umfeld, Ängste, gibt es auch noch Faktoren, die die Jugendlichen eher unbewusst prägen, dass sie vielleicht aus dem Prinzip sagen, nein, das kommt gar nicht in die Frage, aber sie sind sich vielleicht gar nicht so bewusst. Ja, natürlich. Es gibt ja Japs, die sind halt einfach nicht schick oder nicht in oder die Kollegen finden es blöd. Also ich habe hier auch ein Beispiel von jemandem, der einen kreativen Sohn hatte, aber all seine Buddies wollten unbedingt zu irgendeinem von den Treuhandfirmen. Die wollten alle Treuhänder werden. Was hat er gemacht? Er ist auch Treuhänder geworden. Er hat die Ausbildung angefangen. Und ich finde es natürlich total blöd, weil es entspricht seinem persönlichen Typ überhaupt nicht. Aber dort haben wir natürlich sehr viel Beeinflussung, auch gewisse Berufsbilder, die halt einfach nicht sexy sind, dass man die ein bisschen knackiger macht. Und eben schlussendlich nutzt man dann auch wieder die Menschen dazu, dann sind es halt einfach nicht so enge Bezugspersonen, aber es sind dann gleich am Ende vom Tag wieder Menschen, durch die man eigentlich dann die Berufung kennenlernen tut. Das wäre möglich gewesen. gibt fast nichts anderes. Das fasst eigentlich auch gut, wenn wir zu meiner Einstiegsfrage kommen, wieso identifizieren wir Menschen uns mehr mit Marken und Unternehmen, dann nehme ich grundsätzlich mit, dass halt die Unternehmer in der Regel weniger Bilder, die Jugendlichen oder auch wir Menschen haben weniger Bilder als Vorsteg zum Unternehmen, weniger positive Emotionen, die wir verknüpft haben. Gleichzeitig gerade auch die Jugendlichen sind eigentlich in diesem Stadium noch sehr mit sich selber beschäftigt und haben wenig Bezug zu Firmen, aber eben das engste Umfeld ist das, wo sie am meisten Bezug dazu haben. Aber gerade gute Botschafter vom Unternehmen oder halt auch aus dem Freundeskreis könnte ein Jugendlicher wirklich zu einem Lehrberuf bringen. Das ist für mich jetzt auch sehr einleuchtend. Was du auch gesagt hast, wir sind eigentlich schon immer, dadurch, dass wir in einer Gemeinschaft leben, in einer Gesellschaft, orientieren wir uns immer an anderen Menschen. Wir nehmen immer andere Menschen als Vorbilder. Das wäre so das, was ich auf jeden Fall mitnehme. Schlusstendlich People follow People, kann man sagen. Was willst du aber noch grundsätzlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben? Was findest du wichtig, dass wir das auch immer wieder im Alltag daran gedankt? Grundsätzlich braucht es jeden Typ. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Aspekte. Das betonen wir auch immer, wenn wir Marketing-Themen diskutieren. Es gibt keinen guten Typ oder einen schlechten Typ. Es gibt vor allem den falschen Typ an der falschen Stelle. Was das für den Einzel bedeutet, ist, dass, wenn man eine falsche Lehrstelle gewählt hat, aus irgendeinem Grund, dass vielleicht viele Aufgaben sehr schwierig sind und man sich sehr eingeschränkt fühlt. Ich plädiere dann dafür, und das wird immer schwieriger, und da werden die Eltern ein Lied davon sagen, aber auch die Lehrlings- und die Lehrlingschefe und die Ausbilder selber, dass der Wille, irgendwo mal durchstehen und etwas durchzuziehen, immer geringer wird. Dort plädiere ich schon dafür, dass man vielleicht den Jungen sagt, man wächst an den schwierigen Situationen, nicht an den einfachen, ziehe es durch, mache mal eine Ausbildung, auch wenn sie nicht so ideal ist. Man muss ja nicht auf dem Job bleiben. Wir haben alle Möglichkeiten, um nachher etwas anderes zu machen und uns auch mit der Zeit, die wir verbracht haben und mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit den Sachen, die wir gelernt haben, hat man vielleicht eine genauere Idee, Mitte 20 oder Ende 20 oder auch erst mit 50, das ist völlig schnuppe, was man wirklich machen will im Leben. Wir haben das ganze Leben vor uns, um Lernerfahrungen zu machen und das ist auch wichtig. Das Leben ist eine Lernerfahrung. Es fällt auch alles dort, dass ich mir als Firma überlege, welche die passende Art ist, um die passenden Jugendlichen für den eigenen Betrieb zu gewinnen. Ursula, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und den spannenden Inhalt. Danke dir, es hat Spass gemacht. Das freut mich. Ich danke fürs Zuhören und hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder zu von Inside Berufsbildung. Aufmerksamkeit.